Die Zevia Constructions SA in Olten entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Kabinen für Umlaufbahnen, Pendelbahnen, Standseilbahnen und People Mover. Als Tochtergesellschaft gehören wir zur Doppelmayr Garaventa Gruppe, dem weltweit führenden Anbieter im Seilbahnwesen. Die Seilbahnkabinen sind teilweise extremen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. In Meeresnähe und in tropischen Gebieten ist ein hoher Korrosionsschutz ganz wichtig. Im Hochgebirge hingegen ist der UV-Schutz unablässlich. Wir haben extreme Kundenwünsche, da ist kein Auftrag derselbe und die Farbeauswahl ist natürlich auch entsprechend vielfältig. Untertitelung des ZDF, 2020 In der kompletten Lackieranlage sind hochwertige Filter eingebaut. Natürlich haben wir uns auch für das bekannte Multi-Air-Abblasssystem entschieden. Die Typhuno Visionsteuerung via Touchpanel arbeitet mit voreingestellten Lackier- und Trocknungsprogrammen. Diese garantieren uns natürlich eine effiziente Arbeitsweise. Unsere drei Wolf Typhuno Visionkabinen können wir hochflexibel einsetzen. Wir haben eine Durchlauf-Lackierkabine mit den Prozessen Lackieren, Ablüften, Trocknen. Weiterhin kann jede Kabine als Kombikabine eigenständig genutzt werden. Mit geöffneten Rolltoren erhalten wir eine Zweikabine oder sogar eine Drei-Kabine-Grosslackierkabine, die wir dann für unsere Grossprojekte wie Shuttles oder Monorails gebrauchen können. Ein energiesparender Betrieb ist natürlich auch für die CWA von grosser Bedeutung. Jedes Kabinenaggregat arbeitet mit einem Vario WRG, einem ganzjahres Wärmerückgewinnungssystem. Dadurch können wir in jeder Betriebsart das ganze Jahr die Energie zurückgewinnen. Auch das Multi-Air-Abblasssystem in Kombination mit der Typhuno Steuerung sorgt für drastisch verkürzte Arbeitsabläufe. So halten wir den Energieverbrauch auf einem minimalen Level. Dies spart Geld, Zeit und schont die Umwelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017